Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König-Bube-Dame-Gast-Podcast. Wir haben heute mit euch vor, wieder ein Großprojekt durch die Mangel zu drehen, denn wir haben uns geeinigt, dass wir diesmal die Kurzgeschichtensammlung Albträume besprechen werden. Und dazu wollen wir heute mit den ersten drei Geschichten anfangen. Und da haben wir einen Neuling zu Gast. Hallo lieber Peter, es ist sehr schön, dass du da bist. Ja, hallo Leute, danke für die Entladung. Wir freuen uns. Erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Woher kennt man dich? Hört man dich irgendwo in diesem Internet? Kann man dich irgendwo finden? Und vor allem, wie sieht es bei dir mit King-Erfahrung aus? Also, ich bin, wie man hört vom Dialekt, ich bin aus Österreich, aus Oberösterreich. Meine King-Erfahrung hat begonnen, das ist schon mit 14, 15. Da habe ich mit meinen Eltern immer am See fahren müssen im Sommer. Ich meine, das klingt jetzt so jämmerlich, aber wir sind immer so bald in der Früh gefahren, dass noch keine anderen Leute da waren. Und da habe ich einfach einen Sommer lang die ganzen alten King-Schichten von Kuyo, Tominokas etc., alles, was in dem Bereich schon mal veröffentlicht war, durchgelesen. Und dann hat immer wieder mal, wenn das wohl, also so Sachen wie den Peter Straub, das Talisman oder der Green Mile, wie es dann später rausgekommen ist. Früher habe ich alles gelesen, aber so mit vor zehn Jahren habe ich dann nur noch sporadisch dort und da mal ein bisschen reingeschnuppert und irgendwann einmal habe ich ihn dann aus den Augen verloren. Und durch eure Einladung bin ich dann dazu wieder gekommen, in den Genuss, drei so Stücke mal durchzulesen für heute. Das ist sehr gut und freuen wir uns, dass du uns in dieser Folge begleitest. Ganz kurz, hast du eigene Podcasts oder irgendwelche Projekte, die du gerne bewerben willst oder bist du da so gar nicht drin? Zuallererst bin ich mein Podcast-Fan, aber ich habe mich dann an verschiedene Podcaster angewandt und eingeschmeichelt. Und inzwischen bin ich regelmäßiger Teilnehmer vom Der Witzer-Podcast, wo ich mit Thomas Witzer, dem Urheber von dem Podcast, gemeinsam Bier verkoste und Alltagsküche bespreche. Und ab und zu habe ich mir beim Oboemann mich reinschleichen dürfen, in der Night of the Pods zum Beispiel. Und zu finden bin ich eigentlich hauptsächlich auf Twitter unter Gorbatz und ZZ. Aber einfach Peter Zentl eingeben, dann findet man sich sicher nicht. Alles klar. Wie immer werden wir natürlich die entsprechenden Podcasts und so weiter verlinken, damit ihr auch den Gast finden könnt, wenn ihr das wollt. Gut, genug der Vorrede. Ansonsten, außer dem Gast ist natürlich wie immer auch der wundervolle Flo da. Hallo Flo. Guten Abend. Und es ist natürlich auch der wundervolle Jonas da. Hallo Jonas, es ist schön, dass du hier bist. Hallo zusammen. Gut, Freunde, welche drei Kurzgeschichten haben wir uns denn heute ausgesucht? Es wächst einem über den Kopf. Verdammt gute Band haben die hier. Und das war es mit Geschichten, weil das letzte ist ein Gedicht. Beziehungsweise das erste. Okay. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Geschichte. Es wächst einem über den Kopf. Und lieber Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns. Ja, nicht nur Pennywise kommt in zeitlichen Zyklen, auch die King-Kurz-Geschichten. 1978 hatten wir Nachtschicht. Sieben Jahre später hatten wir Skeleton Crew. Und jetzt sind wir im Jahr 1992 angekommen und wir haben Nightmares and Dreamscapes. Auf Deutsch heißt die Sammlung Albträume, beziehungsweise offiziell ist sie in zwei Bänden geteilt erschienen, damals 1993, in Albträume und Abgrund. Mittlerweile aber auch komplett erhältlich. Und wir haben uns ein bisschen die Freiheit genommen, die Reihenfolge der Geschichten wieder zu verändern, aus organisatorischen Gründen. Und so ist die sechste Geschichte in dieser Sammlung die erste, die wir jetzt besprechen. Lege ich da richtig? Ich gehe mal davon aus. Es wächst einem über den Kopf, oder? Ja, gut. Ich möchte an dieser Stelle die Prägenz anmerken, für die Zusammenstellung der Geschichten pro Folge ist Flo verantwortlich. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich hatte auch einen Grund für diese Zusammenstellung. Ich weiß sie nur nicht mehr. Genau. Die erste Geschichte, die wir heute also besprechen, ist, es wächst einem über den Kopf. Im Original It Grows On You. Und die Geschichte ist zwar aus dem Jahr 1982, ist aber für diese Sammlung nochmal stark überarbeitet worden. Sie erschien damals im Magazin Whispers. Und King sieht sie als Nachwort in einer kleinen Stadt. Denn sie spielt wieder in unserem allseits beliebten Castle Rock. Der Titel ist eine der Fälle, wo man bei der Übersetzung nicht so ganz aufgepasst hat. Denn It Grows On You heißt auf Deutsch ungefähr so viel wie, es wächst einem ans Herz. Und so ist der Titel, es wächst einem über den Kopf, doch sehr irreführend. Ob die Geschichte auch irreführend ist, das erfahren wir gleich. Jonas, worum geht's denn hier? Wir befinden uns wieder in Castle Rock. Ein paar Jahre nach den Ereignissen von In einer kleinen Stadt. Einige alte Männer sitzen zusammen im Stadtteil The Band, der von dem Neville House auf einem Hügel dominiert wird. Die Geschichten, die sie erzählen, drehen sich auch hauptsächlich um dieses Haus. Es wird ja quasi die Geschichte des Hauses erzählt. Gebaut von dem reichen Joe Neville, der mit seiner Frau alleine das riesige Haus bewohnt. Von den Kühen, die auf rätselhafte Weise sterben. Vom missgebildeten Kind der beiden, das nur sechs Stunden überlebt. Und auch von Coras Vorliebe für kleine Jungen. Irgendwann, ein paar Tage später, hat dann einer dieser Männer einen erotischen Traum, in dem er sich an eine Kindheitsbegegnung erinnert mit dieser Korra und stirbt dann mit einer Erektion und einem Schlaganfall. Und das war's. Wunderbar, ich danke dir für diese Zusammenfassung. Ich kann euch beruhigen, es ist tatsächlich nicht so schlimm, wie es klingt. Glaube ich zumindest. Aber ja, wie war dann euer erster Eindruck zu dieser Geschichte? Lieber Peter, fang du doch mal an. Was hast du da so für ein Gefühl gehabt, jetzt als Einstieg wieder nach so vielen Jahren? Also der Tenor von der Geschichte von einer lebendigen Stadt oder einem lebendigen Haus, das hat mich irgendwie ein bisschen an die HP Lovecraft-Geschichten, so Schatten über Innsen auf, erinnert rein von der Stimmung her, also sie verlauft so im Lernen. Ich habe dann immer noch auf einen gewissen Spannungsbogen gewartet. Mein innerer Voyeurismus ist befriedigt worden, weil man aber aus Blickwinkel der einzelnen Leute so Details und Intimitäten erfahren hat. Aber irgendwie verläuft es ins Leere. Hast du in deiner Karriere mit Castle Rock schon irgendwas zu tun gehabt? Also hast du damals in einer kleinen Stadt oder sowas gelesen gehabt? Ist das das Needful Things auf Englisch? Needful Things. Ja. Ja, genau, dann habe ich schon gelesen. Okay. Und auch den Film gesehen. Also ich muss sagen, ich habe an der ganzen Sache schon meinen Spaß gehabt, weil ich habe nicht genau dasselbe Gefühl für Castle Rock gekriegt, wie ich es damals bei Needful Things hatte, aber trotzdem mag ich eben diese kleinen Gerüchte und diese Kleinheit, die halt tatsächlich als Kondensat da durchkommt, dass eben die Nachbarn sich alle untereinander kennen, dass es da immer irgendwelche Rivalitäten gibt und dass es immer irgendwelches Gelästert geben wird. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Daran hatte ich schon meinen Spaß. Aber jetzt habe ich eine Frage an dich, lieber Flo. Es wird ja so ein bisschen angedeutet, dass Castle Rock langsam verfault, nachdem das Böse getilgt wurde. Und da muss ich dich fragen, gefällt dir die Idee? Weil für mich passt dieser Gedanke, dass die Stadt innerlich verfault, nachdem das Böse weg ist, eher nach Dowie. Ja, sehe ich ähnlich. Also mir hat auch hier die ganze Kleinstadtatmosphäre gut gefallen, wobei natürlich kein Vergleich zu in einer kleinen Stadt. Dazu ist das hier doch dann zu nichts sagen, die ganze Sache, weil die Handlung ist ja eigentlich nur Rückblicke und Erzählungen. Aber so diese kleinen Querverweise und auch das, was du sagst, dieses von innen zerfallen. Ich finde das Konzept interessant, aber da King das nicht mehr aufgreift. Also wir gehen ja noch öfter zurück nach Castle Rock. Finde ich das hier einfach, ja, wahrscheinlich einfach eine abgebrochene Idee, die, weil sie nur einfach so erwähnt wird, letztendlich für mich überhaupt nichts bringt. Also sie ist in dieser Geschichte ja nicht ausgeführt und sie wird auch in späteren Geschichten nicht wirklich ausgeführt. Und deswegen ist das für mich einfach nur ein fallengelassener Satz. Was mir bei dieser Geschichte als erstes in den Kopf kam, wir haben ja Weihnachten 2018 unsere große vierteilige Rose Red Sonderfolge gehabt. Unser Adventskalender damals. Diese Geschichte von dem Haus. Also das hat mich doch hier sehr, sehr, sehr stark daran erinnert. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch so eine klassische Geschichte. Genauso wie Rose Red Sonderfolge ja so Anleihen aus dem Münchhaus draus hat, ist hier genau dieselbe Thematik. Also dass sich die Bude halt selber fertig baut. Wobei ich hier ganz ehrlich bin, habe ich nicht so richtig die Motivation dahinter verstanden. Wie würdet ihr denn die Motivation sehen? Ich habe keine gesehen. Das Einzige, was ich vielleicht nachvollziehen kann, ist, dass dieser Neville seine, ja, irgendwie immer mehr haben will. Er kauft ja auch alle möglichen Fabriken und macht die weiter und dass er quasi nie zufrieden ist mit dem, was er hat, sondern immer mehr machen will und deswegen auch das Haus weiter baut. Aber so ganz passt es auch nicht. Also das Konzept von dir ist es bei dir, was du glaubst, dass sie den Spuk in Anführungsstrichen auslöst. Nee, nur, dass die Hauserweiterung auslöst. Der Spuk, der passt dann nicht mit rein. Ja, okay. Ich sehe es hier eher wie das, was Peter vorhin gesagt hat. Es erinnert tatsächlich stark an eine Lovecraft-Geschichte. Und so akzeptiere ich das hier einfach als Grauen, das da ist. Ohne Hintergrund, es existiert einfach. Es ist eine Macht, die nicht beschreiblich ist und die auch natürlich in dieser Geschichte nicht beschrieben wird. Und dann kann ich das auch akzeptieren. Dazu passt auch so der Stil der Geschichte, dass das größte Teil der Handlung einfach erzählt wird. Ist ja auch so ein Stilmittel, den das Lovecraft immer hat. Und deswegen stelle ich das gar nicht so in Frage. Seht ihr denn das Ganze tatsächlich als was Negatives? Weil irgendwie hat das bei mir komplett versorgt, mir da ein negatives Gefühl zu geben. Wenn ich kurz einwerfen darf, was mir noch eingefallen ist, warum das Haus erweitert wird. Ich habe mir gedacht, das ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, Firmenbesitzer, Fabrikbetreiber, dass er vielleicht, das Haus ist so ein Tempel und der Tempel gibt ihm Glück und Erfolg und wenn er an dem Tempel nicht erweitert und dazu baut und jeder Trakt, den er dazu baut, ist so eine Opfergabe an das Wesen, das ihm das geschäftliche Erfolg oder Glück verschafft. Und wenn er da nicht weiterbaut oder wenn einmal das Opfer nicht groß genug ist, was er da bringt, indem er das Haus erweitert, dass er dann so Unglücke wie die Kühe oder mit seinem Kind was nicht lebendig oder lebensfähig zur Welt kommt, so hat man das irgendwie so in meinen Kopf herum zusammengelegt. Hm, das gefällt mir sehr gut, der Ansatz, auf jeden Fall. Nur was mich halt interessieren würde, wie ihr, also ich meine, dass er das Ding weiterbaut, während er lebt, das sehe ich alles ein. Aber wir kommen ja an den Punkt, dass nachdem alle dort oben weg sind, das Haus sich von selbst weiterbaut. Das heißt, dem muss ja irgendeine Energie zugrunde liegen. Und das würde mich interessieren. Das habe ich anders verstanden, dass es wohl wieder einen Besitzer gibt, von dem nur noch niemand was mitbekommen hat, und diese Besitzer erweitern das Haus. Okay. So habe ich es verstanden. Und Flo, wie siehst du das? Ja, das wird nicht ganz deutlich gesagt in der Geschichte. Ich bin da bei Jonas, dass es wohl einen neuen Besitzer gibt. Aber es ist doch sehr offen gelassen. Ja, okay. Das fände ich sogar viel, viel besser, wenn das so wäre. Ich habe es nicht so gelesen, aber ich glaube, ich mag eure Deutung wesentlich lieber als meine. Dann belassen wir es einfach dabei. Wie war denn deine Deutung? Meine Deutung war tatsächlich, dass das wie bei Walswett oder wie bei dem Winchester-Haus so ein Ding ist. Irgendwie du sagtest am Anfang, diese Sache mit der Gier, dass der Besitzer nie den Hals vollgekriegt hat und dieses Element der Gier eine spirituelle Energie freigesetzt hat, die eben dem Haus ermöglicht, sich selber weiterzubauen. Bei Walswett war es ja auch so. Da hat sich ja das Haus auch selber weitergebaut. Und für mich war das halt so eine Tumor-Thematik. Das Haus als Tumor wächst immer weiter, genauso wie die Unsitten seiner ehemaligen Bewohner. Das heißt, desto mehr die Bewohner negative Energie schaffen, wie auch immer, ob das jetzt durch unvorratisches Verhalten ist, durch großkapitalistische Ausbreitung oder durch sexuelle Ausbreitung von Jungen oder was auch immer, dass diese negative Energie dafür sorgt, diese spirituelle Kraft zu befeuern, die dann eben dieses Haus wachsen lässt, wie ein Tumor halt, der über diese Stadt lauert. Ja, das kann man ja verbinden, dass diese negative Energie vom Haus auch die jeweiligen Besitzer übergeht, die dann quasi den Krankheitsspuren, das Haus weiterzubauen. Ja, mehr so Parasit als Tumor hätte ich das gesehen, aber so ähnlich sehe ich das tatsächlich auch. Aber wie gesagt, ich finde die Idee cool, dass es tatsächlich einen neuen Besitzer gibt, weil das ist mir nicht mal als Andeutung irgendwie in den Sinn gekommen. Aber ich mag die Idee. Ja, aber habt ihr, und das ist eigentlich ein großes Problem mit dieser ganzen Geschichte, ich habe die Geschichte nicht verstanden. Ich habe weder diesen ganzen, diesen ganzen sexuellen Aspekt darunter, habe ich so überhaupt nicht verstanden. Ich auch nicht. Ich glaube, es war einfach die Idee, okay, wir machen mal wieder was mit dem Spukhaus, Kuselhaus, sonst was. Und dann kommt halt irgendwie durch verstummene Hirnpfade Sex mit dazu. Ja, und tote Kühe. Na gut, ich meine, die toten Kühe, das ist für mich so ein Ding, er will gerne ein Außenseiter sein, und er lässt niemanden da ran, er will auch keinen Rat, er will niemanden, der ihm da reinredet, der will einfach sein Ding machen. Und das verstehe ich. Aber was mich so aus der Bahn geworfen hat an der Geschichte, ist eben in diesem, in diesem feuchten Traum, den er dann hat, als er, als er stirbt, der alte Mann, diese, diese Mondsymbolik und so weiter und so fort. Das klang für mich, als hätte er das irgendwo erklärt, und ich habe es nicht begriffen, oder als habe ich es überlesen, aber ich habe es nicht überlesen. Das ist einfach nur, weiß ich nicht. Peter, hast du eine Theorie? Also für mich, also die Geschichte funktioniert, so weit man unter Anführungszeichen sagen kann, funktioniert auch das Ganze ohne dem letzten Stück. Also ich hätte das letzte Stück nicht gebraucht. Für mich war das Faszinierende, das alte Gruselhaus, das dämonisch-parasitäre, tumorartige Haus, das war für mich eigentlich das Faszinierendste an der ganzen Geschichte, und das Nachwort mit dem alten Herrn, der dann stirbt, wenn man, ich hätte es nicht gebraucht. Das wäre nicht notwendig gewesen. Also du hast das auch nicht verstanden, was das so ist. Nö. Also mit dem Mond, vielleicht ist es auch gar nicht so abgedreht, sondern diese Frau, die Korra, die wird ja beschrieben, dass sie ein Mondgesicht hätte und dass er quasi das darauf bezieht, dass er nochmal den Mond gesehnt hat. aber ja, das ist halt eine sehr simple Erklärung, aber vielleicht ist sie auch richtig. M-O-N-D, so schreibt man komisches Ende. Ja, genau. Ja gut, aber es ist ja schon mal beruhigend, dass ihr es auch nicht verstanden habt. Es hätte auch einfach sein können, dass ich es wirklich einfach überlesen habe, irgendwie. M-O-N-D, M-O-N-D, heißt ja auf Englisch, dass man irgendwen den Hintern ins Gesicht hält oder so. Nö, das macht sie ja. Das macht sie ja. Ja, eben, aber vielleicht ist das nur eben eine Bezeichnung für das, was gemacht hat und nicht unbedingt irgendwas direkt mit dem Mond zu tun hat. Hm. Na, das kann sein. Gut. Habt ihr zum Geschichter an sich noch was zu sagen, sonst würde ich noch kurz in die Symbolik gehen? Gerne. Wir haben hier natürlich wieder die klassische Crooked Mind und eine Crooked Buddy Geschichte, eben durch das missgestaltete Kind, durch die Kühe, die an mysteriösen Krankheiten sterben, die eben wahrscheinlich auf die, in Anführungsstrichen, schlechte Energie in diesem Haus zurückzuführen sind. Interessant fand ich ja auch wieder diese Idee, sexuell offene Frauen müssen zwangsweise entweder Kinderverschlingerinnen sein oder Kinderschänderinnen oder sie gebären halt missgebildete Kinder. Und das ist so eine klassische Lillow-Thematik, die fand ich von daher wieder sehr interessant und das ist natürlich auch das übliche Frauenbild, das wir hier vermittelt kriegen. Ansonsten, wie gesagt, das obligatorische Außenseitertum und wie gesagt, ich mochte halt diese Idee von diesem Haus als Tumor, dass sich von der Energie immer weiter, ja, sich quasi gegenseitig verstärkt. Eine Sache habe ich noch und da wollte ich mal eure Meinung hören. Ich zitiere mal ganz kurz, Moment. Kurz bevor Regenrinnen und Abflussrohre angebracht wurden, wurde mit hellgelaber Kreide eine obszöne Zeichnung, begleitet von einem zweisölbigen Schimpfwort, an die verglaste Eingangstür gekritzelt. Und ich weiß nicht warum, aber bei mir hat da irgendwie so eine Antisemitismus-Glocke geläutet. Liegt wahrscheinlich daran, weil er eben so als reicher Großkapitalist beschrieben wird, aber eben vor allem diese Sache mit dem hellgelb hat mich irgendwie stutzig gemacht. Glaubt ihr, ich überinterpretiere das oder kann da was dran sein? Oh. Also im Zweifel überinterpretierst du. Das wissen wir ja. Also ist mir tatsächlich überhaupt nicht so aufgefallen. Jetzt, wo du es aber sagst, ich glaube nicht, dass das, weil das sonst in der Thematik überhaupt nicht rauskommt, dass das tatsächlich die Intention von King war. Aber es, es, guck mal, du kannst nicht sagen, das kommt nicht raus, weil es wird immer wieder drauf rumgeritten, dass der Typ so viel Geld hat. Es wird immer wieder darauf rumgeritten, dass er sich nie mit dem gemeinen Volk gemein macht, sondern immer außerhalb einkauft und so weiter. Was wieder auch so eine Ghettoisierung irgendwie ist. Wir haben außerdem, dass er, wie gesagt, ja Fabrikeigentümer ist. Wir haben weiterhin, dass, wir haben weiterhin, dass, dass, irgendwas wollte ich noch sagen. Zum Beispiel, er Kontakte hat nach oberen, nach oberen Schichten, als zum Beispiel das Ding mit den Kühen ist und er dann eine gefälschte Erklärung quasi bekommt und so weiter. Das sind schon klassische Antisemitismus Thematiken eigentlich. Hm. Hm. Ja. Es ist auf jeden Fall was drin. Und es wird halt zu meinem Weltbild von Karlsruhe passt das, dass das antisemitische Arschwächer sind. Weil es war ja auch schon im letzten Buch, dahinter das Böse. Ja, aber ich, ich glaube, wenn das so gewollt wäre, dann würde, wäre auch erwähnt worden, dass er Jude ist. Da habe ich halt überlegt, ob man aus dem Namen irgendwas abladen kann, aber kann man nicht, ne? Nein, ähm, ich habe gerade nachgeschaut, also ich meine, das Einzige ist, dass die Tochter Sarah heißt, aber, ähm, ansonsten, ähm. Ja gut, er heißt Joe, also wahrscheinlich Joseph. Ja. Wäre er auch, aber, da kann man, äh, aber viele, äh, äh, westeuropäischen Namen sind tepäischen Ursprungs deswegen. Ja. Naja, wie gesagt, das war bloß so eine Idee, aber mir kam das komisch vor. Ansonsten könnte man natürlich mit der Kreide auch zucken, wenn man sagt, Kreidezeichnungen haben ja im King-Universum auch noch mal eine eigene Bedeutung. Ja, nicht nur im King-Universum, sondern überhaupt so in, ähm, Okkultismus. Ich dagegen hab mich einfach nur gefragt, was das für ein zweisilbiges Schimpfwort sein soll. Ja. Ich bin auch zu keinem Ergebnis gekommen. Ich will wahrscheinlich gar nichts damit zu tun gehabt. Und Schimpfwort ist zweisilbiges. Wahrscheinlich wird irgendwas mit einer Kurzbezeichnung für Prostituierte wahrscheinlich gewesen sein oder so. Na, das kann natürlich auch sein. Also wie gesagt, ich hatte halt nur dieses mitgehaft, dass die Farbe explizit genannt wird. Das ist halt das, was mich daran so irritiert hat. Aber gut, ich wollte es nur in den Raum geworfen haben, ob da was dran ist oder nicht. Das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren. Nein, werden wir wahrscheinlich nicht, aber es kann was dran sein. Möglich ist es. Ja. Ich habe auch nochmal geguckt, weil wir kennen Joe ja eigentlich. Genau. Damit kommen wir auch gleich zu den Querverweisen. Ob es da vielleicht auch irgendwelche Hinweise drauf gibt, aber ich habe jetzt auch nichts entdeckt. Joe ist nämlich auch der Gründer einer Spinnerei in Gates Falls und die kennen wir schon. Vor allen Dingen aus Spätschicht, wo sie, ja, der Handlungsort ist. Genau. Und auch da wird immer wieder erwähnt, dass der in Rava ja das letzte Arschler ist, der die Leute unter unmenschlichen Umständen dort arbeiten lässt, der nichts von Arbeitsschutz hält und so weiter und so fort. Bedient auch wieder das Klischee des Großindustriellen, der alle verheizt. Ja, aber wir werden es nie erfahren, was wirklich dahinter steckt. Na gut, wie gesagt, ich wollte es auch nur in den Raum geworfen haben. Machen wir weiter mit den Verknüpfungen. Es wird erwähnt, Dana Roy oder Dana Roy, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Der war Elektriker bei US Gibson und in dieser Firma hat auch Andrew Landon aus Love gearbeitet. Und ansonsten haben wir natürlich die obligatorische Verknüpfung zu Need for Things, wie gesagt, durch Andy Clutterbug und Lenny. Lenny ist übrigens der, der das Auto geklaut bekommt und hier gehen wir auch drauf ein, dass er sich von diesem Unfall, als er dann böse auf die Straße geworfen wurde, ja, nicht mehr ganz erholt hat. Ja, die Geschichte erschien, wie gesagt, ursprünglich. Das heißt, King hat sie, vermutlich die gesamten Castle Rock-Teile, später dazu geschrieben, weil das ja alles erst viel später passiert ist. Es gibt keine Verfilmung dazu und es gibt auch nur ein englischsprachiges Hörbuch, das von King selbst gelesen wird. Okay. Gut. Habt ihr Ergänzungen? Nein, ich habe nichts mehr. Okay, dann bleibt mir erst mal nur bei euch, um eure Zitate zu fragen, wenn ihr welche habt. Ich habe eins, tatsächlich. Dann sprich. In letzter Zeit weiß er nicht mehr besonders viel, aber eins weiß er, nämlich das Altwerden eine beschissende Art und Weise ist, die letzten Jahre seines Lebens zu verbringen. Ja, ist auch schön. Ja, ich habe ein englischsprachiges. Wir haben mich, wir sind gar nicht so darauf eingegangen, dass King hier ein paar ziemlich eklige Beschreibungen in dieser Geschichte drin hat und deswegen habe ich ausgesucht, in January of 1921 Cora give birth to a monster with no arms and it was said that a tiny clutch of perfect fingers sticking out of one eye socket. Und das ist tatsächlich so, das kann man sich auch als Lovecraft-Monster vorstellen. Peter, hast du auch eins? Nö, sowas so. Aber das mit dem Auge ist mir jetzt mit Erinnerung gekommen, aber sonst werden wir nicht so viel in Erinnerung liegen, was ich erzählen wird gefunden. Ist nicht schlimm, geht mir genauso, ich habe wieder diese Geschichte nämlich diesmal auch mal kein Zitat. Gut, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch übrig euch um eure Bewertungen zu bitten. Und lieber Gast, wir werden von 0 bis 19 sehen. Und da würde ich dich vielleicht schon mal um den Anfang bitten. Wie würdest du die Geschichte bewerben? Also 19 ist das Beste und 0 ist das Schlechteste. Ich hätte dir ein 10 gegeben. Ich sage, der Halt ist ein Mittelwert für mich. War nett zum Lesen, das Gruselhaus hat mir gefallen. Ja, war sicher nicht die beste Geschichte, aber es gibt die Schlimmere. Okay. Lieber Flo, wie sieht es bei dir aus? Ich sehe das sehr ähnlich. Es ist eine schöne atmosphärische Geschichte, die leider nirgendwo hinführt, aber sie tut auch nicht weh. Es ist eine hübsche kleine Lovecraft-Hommage. Somit halb bin ich einverstanden. Ich gebe aber ein bisschen abgerundet 9 Punkte. Okay, hätte ich gar nicht mal gedacht. Ja, ich bin deutlich niedriger als ihr. Ich gebe 6 von 19 Punkten. Die Geschichte oder beziehungsweise die Grundidee der Geschichte finde ich ist ziemlich hübsch. Aber es sind schon ein paar Sachen dabei, die mir komisch aufgestoßen sind. Das erste, was mich gestört hat, ist tatsächlich, dass wir diese Verfallsthematik eben zu Castle Rock stecken, die eigentlich für mich zu Dowie gehört. Denn es wird immer wieder beschrieben, dass Dowie eigentlich auch profitiert von dem Bösen, das in ihm wohnt. Und wenn das Böse weg ist, dann erklärt das auch, warum die Stadt zugrunde geht. Aber das ist halt bei Castle Rock überhaupt nicht in der Geschichte vorgesehen. Das ist das erste, was mich stört. Das zweite, was mich stört, ist das ganze Ende, komplett. Das begreife ich überhaupt nicht, was das darstellen soll. Und ja, alles andere führt halt meiner Meinung nach zu sehr uns nicht. Deswegen mehr als die sechs Punkte kann ich leider an der Stelle nicht geben, auch wenn es hübsche Ideen hatte. Lieber Jonas, du hast das letzte Wort. Ich gebe der Geschichte glaube ich einen Bonus, weil es Castle Rock ist. Ja, sie war nicht großartig, aber war okay. Vieles habe ich auch nicht gebraucht, das stimmt. Ich reibe so zwischen euch ein bei acht Punkten. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und wenn ich mich nicht täusche, ist als nächstes August in Brooklyn dran. Ist das richtig? Genau. Und damit haben wir wieder eines unserer Lieblingsthemen. King und Gedichte, mein absolutes Lieblingsthema. Ich hasse Gedichte und King Gedichte noch viel näher. Ja, also hier haben wir ein Gedicht, das auch tatsächlich schon ziemlich alt ist, aus dem Jahr 1971 nämlich. Und ja, es ist ein Gedicht. Es erschien 1971 zum ersten Mal in Io Ten, was immer das ist, eine Zeitschrift oder sowas. Heißt immer genau Brooklyn August und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, also in der Geschichte geht es halt grundsätzlich darum, es ist eine Erinnerung beziehungsweise eine Hommage an die letzte Saison der Brooklyn Dodgers. Und da wir alle Vollidioten sind, wenn es um Baseball geht, habe ich ganz lieb gebettelt und gefragt und der liebe Mikado Elefant hat uns eine kleine Matinee, eine kleine Übersicht über die Brooklyn Dodgers angesprochen. Die sollt ihr an dieser Stelle kurz hören. Charles Abbott und die Trolley Dodgers Baseball hatte in Brooklyn eine Tradition, die bis in die 1850er Jahre zurückging. Im Jahr 1883 gründete der Immobilienmakler Charles Byrne mit zwei Partnern die Brooklyn Grays, die unter wechselndem Namen zunächst in der American Association antraten und dann, nachdem sie 1889 den Titel gewannen, in der National League, deren Titel sie 1890 holten. Zu dieser Zeit stellten die Straßenbahnen in Brooklyn ihren Antrieb von Pferd auf elektrisch um. Die nun schnelleren und leiseren Bahnen erforderten von den Fußgängern größeres Geschick und schnelleres Ausweichen. Und so bekamen die Einwohner Brooklands den Spitznamen Trolley Dodgers, der in der Presse auch schnell für die Baseballer verwendet wurde. Aber erst in den 1930er Jahren nannte sich der Klub offiziell Brooklyn Dodgers. Der Architekt Charles Abbott wurde 1897 zum Miteigentümer des Klubs, der ihm von 1902 bis zu seinem Tod 1925 allein gehörte. In dieser Zeit erreichten sie als Meister der National League zweimal die World Series, diese 1916 gegen Boston und 1920 gegen Cleveland verloren. Seit 1908 kaufte Charles Abbott systematisch Grundstücke im Stadtteil Flatbush auf, um den alten Washington Park mit seiner Holztribüne abzulösen. Fünf Jahre später wurde Abbott's Field eröffnet. Die Kapazität wurde im Laufe der Zeit von 18.000 auf bis zu 35.000 Plätze erweitert. Die 40er und 50er Jahre brachten sportliche Erfolge mit sich. Zwischen 1941 und 1956 erreichten die Dodgers siebenmal die World Series, in der sie jedes Mal auf den Stadtrivalen aus der Bronze, die New York Yankees trafen. Allerdings sechs der sieben Serien verloren. Der Satz Wait till next year wurde zum inoffiziellen Motto des Klubs. Schließlich holten sie 1955 mit Manager Walter Alston den einzigen World Series Titel nach Brooklyn. Jackie Robinson und die Color Barrier Bis in die 1940er Jahre hinein war Major League Baseball eine rein weiße Veranstaltung. Der Commissioner Kenneth Sollandis war ein strikter Verfechter der Rassentrennung und auch die Klubbesitzer hielten ihr berüchtigtes Gentleman's Agreement, keine afroamerikanischen Spieler zu verpflichten. Für diese existierten seit den 1920er Jahren eigene Profiligen, die sogenannten Negro Leagues und auch dort kristallisierten sich Starspieler heraus. Erste Versuche, die Color Line aufzuweichen, beispielsweise ein komplett schwarzes Team in der Major League antreten zu lassen, wurden allerdings verhindert. Ende 1944 starb Commissioner Landis. 1945 endete der Zweite Weltkrieg und Landis' Nachfolger Happy Chandler fand es nicht vermittelbar, dass die Leute, die im Krieg zusammen gekämpft hatten, nun nicht mehr zusammen Baseball spielen sollten. Außerdem fürchteten die Klubbesitzer, dass die Negro Leagues sportlich attraktiver würden und ihrem Premium-Produkt Major League den Rang ablaufen könnten. Die Color Line bröckelte und die Dodgers begannen auch in den Negro Leagues nach geeigneten Spielern Ausschau zu halten. Am 15. April 1947 gab der 28-jährige Jackie Robinson in Abbotsfield sein Debüt für die Brooklyn Dodgers und wurde damit der erste schwarze Spieler in den Major Leagues. Die Rassenschranke im Profi-Baseball war offiziell durchbrochen. Robinson wurde zu einer Symbolfigur für die Rassenintegration. Er spielte zehn Jahre für die Dodgers wurde in seiner ersten Saison zum Rookie of the Year gewählt, kam sechsmal in das All-Star-Team der National League und gewann mit den Dodgers die World Series 1956. Nach seinem Karriereende wurde er Geschäftsführer einer Kaffeehauskette und setzte sein Engagement für Bürgerrechte fort. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich allerdings. Jackie Robinson starb 1972 mit nur 53 Jahren. Die Major League ehrte ihn unter anderem mit dem Rückzug seiner Rückennummer 42, die nunmehr an keinen Spieler mehr vergeben wird. Jährlich am 15. April feiert die MLB den Jackie Robinson Day. An diesem Tag tragen alle Spieler und Schiedsrichter die Nummer 42. Kalifornia Baseball und der Umzug nach L.A. Bis zum Zweiten Weltkrieg fand Baseball ausschließlich im Nordosten der USA, zwischen Boston und Chicago, Washington und St. Louis statt. Insbesondere war Baseball stark mit New York verbunden, womit den Yankees, den Giants und den Dodgers drei der besten Teams der Liga um die Gunst der Fans konkurrierten. Um die alten Märkte besser zu nutzen und sich neue Märkte bei der gewachsenen Bevölkerung des Südens und der Westküste zu erschließen, sollten einige Clubs in andere Städte umziehen. Als die Verhandlungen der Dodgers mit der Stadt New York über den Bau eines neuen Stadions in Brooklyn scheiterten, zogen die Dodgers nach der Saison 1957 nach Los Angeles. Da sich die Giants gleichzeitig nach San Francisco verlegten, blieben die Yankees als einziges Major League Team in New York. Die Dodgers wurden 1959 das erste Team im Westen der USA, das eine World Series gewann. Nach dem Umzug folgten zwischen 1959 und 1988 weitere fünf World Series Titel. Danach blieben die großen Erfolge aus. Seit über 30 Jahren wartet man nunmehr auf den nächsten Titel. Neben Jackie Robinson bleiben die Namen vieler anderer Baseball Legenden wie Roy Campanella, Tommy Lazarda, P.V. Reese oder Sandy Kufax untrennbar mit den Dodgers verbunden. Fachwissen verfügen können. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür. Wir werden Fachwissen in Zukunft vermutlich noch öfter in den Problemen wissen. Werden wir übrigens auch in dieser Kurzgeschichtensammlung noch einmal brauchen. Ja, wie gesagt, es geht halt um die Brooklyn Dodgers. Jetzt habt ihr ja alle mit Baseball so gar nichts zu tun. Oder Peter, hast du da irgendwie einen Ansatzpunkt mit? Außer dass in meiner Heimatstadt wir haben eine eigene Testmannschaft die in der österreichischen Bundesliga spielt, aber mehr wie vor außen habe ich das noch nie gesehen. Das Gedicht ist für mich eher so wie eine Beschreibung an Gefühls, wenn man da auf dem Platz ist und Eindrucksammlung kommt mir aber für mehr habe ich da nicht rausgekommen. Naja, was ich halt ganz hübsch fand, war halt tatsächlich, dass diese man kriegt trotz allem glaube ich ein Gefühl dafür. Man kriegt so ein Gefühl für diesen Rausch, den dieses Spiel durchaus auslösen kann, genauso wie jeder Massensport im Prinzip, dass das halt eine Form von Wahnsinn ist, inmitten einer Alltags Normalität, aber diese Grundnormalität einem auch schon wieder wie Wahnsinn vorkommt, weil sie so profan ist. und das Gefühl hat es für mich ganz gut getroffen. Aber es ist natürlich weder eine Geschichte noch literarisch irgendwas, worüber man sonderlich viel reden kann. Interessant fand ich aber hier tatsächlich die Idee, weshalb King die Geschichte in seine Sammlung aufgenommen hat. Und soweit man das den Anmerkungen aus dieser Kurzgeschichtensammlung entnehmen kann, ist es wohl so, dass dieses Gedicht immer wieder in diversen Sportzeitschriften oder Sportverwandten Publikationen auftaucht und jedes Mal von Herausgebern ausgesucht wird, die angeblich nicht die geringste Ahnung davon haben, wer Stephen King eigentlich ist. Klar. Ja, genau, dachte ich auch. Andererseits, warum sollte man diesen Rotz überhaupt veröffentlichen sonst? Also, ich weiß halt wirklich nicht, wenn man Ami ist und diese Zeit noch erlebt hat, als die eben noch ein Problem gespielt haben, ich kann mir schon vorstellen, dass man da so ein Lokalpatriotismus Ding hat und dass man dann dieses Gedicht mag, ob das jetzt von King ist oder nicht, dass das einen historischen Zeugnis wert hat. Könnt ihr mir folgen, was ich will? Ja, aber nicht nachvollziehen. Nee, doch, das ist auch das Einzige, was Sinn machen würde, weil ich glaube, ich habe das Gedicht überhaupt nicht kapiert. Ich habe noch nicht mal verstanden, dass es ein Profispiel ist. Ich dachte, dass wenn irgendwelche Menschen, die einfach in diesem Stadion spielen, weil Lust dazu haben und es irgendwie spätsamer ist. ich habe es komplett falsch verstanden. Entschuldigung, vielleicht ist das das einzige westbound thematische Gedicht, was ein einigermaßen bekannter Autor geschrieben hat, dass es da gar nicht so viel Auswahl gibt. Oh, doch, doch, da gibt es genug. Das ist halt tatsächlich in der Amikultur so fest verankert und so relevant. Da kommst ja nicht dran rum. Es kann sein, dass es das Gedicht das einzige ist. Aber so generell in der Popkultur ist das so fest verankert, dass das in irgendeiner Form in ganz vielen Geschichten und ganz vielen Publikationen irgendwie auftaucht. Werb Gedichtform habe ich gemeint. Also Kurzgeschichten, Filme und so Sachen gibt es ja genug, aber Gedichte ist mir nur des bekannt. Ich war aber nie dann aktiv dann auch besucht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mal geguckt, was King denn so im Entstehungsjahr 1971 getrieben hat. Es war das Jahr, in dem er und Tabatha geheiratet haben und in dem seine Tochter Naomi zur Welt gekommen ist. Aber er scheint in diesem Jahr sehr viele Gedichte veröffentlicht zu haben. In verschiedenen Magazinen, unter anderem im Onan-Magazin, in dem auch der blaue Kompressor erschienen ist. Den hatten wir ja schon mal. Ja. Ich bin halt tatsächlich der Meinung, King sollte keine Gedichte schreiben. Das kann er einfach nicht. Generell ist es schwer, mir ein Gedicht vorzusetzen, das ich leiden kann. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Auto zu tun. Aber King kann das halt wirklich, wirklich, wirklich nicht. Ich meine, wir hatten schon Paranoid ein Gesang, wir hatten schon few Owen, die beide in Gedicht vor waren, und die sind beide schlecht. Ja, wobei ich sagen muss, im Vergleich mit den beiden, die wir schon hatten, ist das hier Gold. Und damit will ich nicht sagen, dass es gut ist, aber es ist besser als die anderen beiden. Nein, Paranoid ein Gesang mochte ich sehr gerne, und das hatte ja zumindest wenigstens durch die Länge ein gewisses Grundgefühl. Da hier hast du ja gar kein Grundgefühl. Ich möchte aber zugeben, dass man dieses Grundgefühl nicht hat, weil eben für uns als West- und Mitteleuropäer das Thema Baseball so weit weg ist. Das möchte ich anerkennen. Ich meine, das Prinzip Paranoia verstehen wir, das Prinzip Baseball wahrscheinlich nicht. Aber es ist, ich sage mal so, das ist halt tatsächlich zu küren, wer das schönste Häuschen gemacht hat, seien wir mal ehrlich. Aber eine Sache möchte ich noch gerne erwähnt haben, was ich ganz hübsch fand. Ein Zitat, und das ist auch das einzige Zitat zu dieser Publikation. Während anonyme Fans saftige brockliner Vokale brühen, die Pest auf ihre beiden Häuser. Das fand ich ganz niedlich, so als kleiner stilistischer Schwand Richtung Shakespeare. Und damit auch als einzige Verknüpfung und gleich als einziges Zitat. Habt ihr noch Verknüpfungen oder Zitate oder irgendwas, was ihr dazu sagen wollt? Ich will, dass es vorbei ist. Ich kann nur so sagen, es gibt da ein Hörbuch und ansonsten, nichts weiter. Okay. Dann bleibt mir nur euch, um eure Bewertung zu bitten. Und das wollte ich sagen, Flo, fängst du an? Ich habe gerade nachgeschaut, was ich den beiden anderen Gedichten für Punkte gegeben habe. Und leider hattest du recht. Siehst du? Ich habe Paranoid besser bewertet, als ich das hier bewerten werde. Aber ich werde es besser bewerten als für Owen. Ich gebe hier, weil es nicht weh getan hat, drei Punkte. Okay. Und lieber Jonas? Ich habe komplett fehlverstanden. Ich gebe zwei Punkte. Okay. Und Peter, wie sieht es bei dir aus? Ich werde mich mit zwei Punkten anschließen. Okay. Ja, ich schließe mich da Flo an. Ich gebe drei Punkte. Du hast schon recht. Wie gesagt, es tut nicht weh, aber es ist halt einfach konfus und meiner Meinung nach gehört das auch einfach nicht in die Sammlung rein. Genauso wie das andere baseball thematisierte Ding, was dann noch kommt. Das passt einfach nicht. Das macht auch für mich den Schwung der Sammlung kaputt. Jetzt fairerweise muss man sagen, im Originalbuch ist es tatsächlich so, dass dieses Gedicht ziemlich weit am Ende ist. Das letzte oder vorletzte. Ja. Und das kann ich dann schon wieder akzeptieren, weil es dann eben im Kontext mit dieser anderen Baseball Geschichte kommt. Aber nein, das braucht es einfach nicht. Und er sollte einfach die Hände von gehörig lassen. Aber wie gesagt, herzlichen Dank nochmal an den Mikado Elefanten. Du bist toll und hast uns für diese Geschichte wie immer den Arsch gerettet. Gut, wollen wir über die letzte und dritte Geschichte reden. Sehr gerne. Das wäre verdammt gute Band haben die hier. Und Flo, du hast doch bestimmt auch dazu was zu sagen. You know they got a hell of a band ist tatsächlich auch erst 1992 in dem Buch Schockrock erschienen. Passender Titel. Das war eine Horror-Anthologie und auch in Deutschland ist es in einer Anthologie erschienen. Faszination des Bösen. Und natürlich in dieser Sammlung. Also das ist die neueste Geschichte, die wir heute besprechen. King hat ja doch ein Fable für Musik, das haben wir auch schon in einigen Erzählungen erkannt, wie Christine zum Beispiel, wo er ja sehr viele Zitate drin hatte. Und King hat noch ganz andere Verbindungen zur Musik, da werde ich gleich noch drauf eingehen. und in dieser Geschichte lässt er den ganzen freien Lauf in Themen er Musik und Kinder des Zorns mischt, würde ich mal sagen. Jonas, erzähl mal, worum es geht. Mary und Clark Willingham sind auf einem Roadtrip durch Oregon und verfahren sich dabei. Clark ist allerdings zu stur, das zuzugeben und so landen sie in der kleinen Stadt Rock and Road Heaven. Schnell merken sie, dass die Stadt von vielen toten Rockstars bewohrt wird und versuchen zu fliehen. Das misslingt den beiden, sie werden gezwungen, Jobs anzunehmen und sich jeden Abend ein unbetäumendes Konzert aller Stars anzuhören, so wie es auch schon vielen weiteren hier geschandeten Reisen geht. Ende. Ich danke dir für diese Zusammenfassung. Ja, wie steht ihr denn zu dieser Geschichte? Ich nehme es gleich vorweg, ich habe wahnsinnig viel Spaß daran gehabt. Ja, ich auch. Auch wenn Clark echt genervt hat. Ja. Ja, ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht, aber das hier ist nicht schlecht. Mhm, okay. Ja, sehe ich auch so, die Geschichte ist definitiv eine der besseren Kurzgeschichten, die wir von ihm haben, hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich hätte es halt schön gefunden, wenn Mary ohne Clark hätte entkommen können und sie frei von Gehörl ist. Ja, klar, steht gleich warum. Kommen wir da sind Pauli drauf. Peter, wie sieht es bei dir aus? Also, das ist eine sehr lustige Geschichte. Hier wollen wir herzlich lachen müssen, weil der Kerl so dämlich ist und ein paar andere Dialoge der beiden aus der langen Ehe, die es schon geführt haben, das Beschreiben der gegenseitigen Einschätzung der Reaktionen zueinander. manche Sachen sind mir doch bekannt von Oh ja. Wie stehst du denn so zu dieser ganzen Musik Liene? Ich meine, ich gebe ehrlich zu, für mich ist das alles befremdlich. Ich habe mit der ganzen Rock und Roll Geschichte nicht so viel zu tun. Klar, ich kenne ein bisschen Elvis und so weiter und so fort, aber ich war halt immer mit Country aus den 70ern sozialisiert. Alles, was davor und danach war, ist jetzt nicht ganz so mein Metier. Habt ihr denn an der Rock and Roll Thematik selbst auch Spaß gehabt oder war das für euch nur zweitrangig? Also wenn ich kurz einwerfen darf, was mir so gut gefallen hat, ist, wo die einzelnen Leute aufgetaucht haben und welche Jobs sie dann im Ort gearbeitet haben. Also Elvis Presley King natürlich muss das der Bürgermeister sein oder der Otis Redding als Sheriff auftaucht. Ich bin sozialisiert oder ich habe mich später selber dann dafür interessiert, dass ich so Classic-Rock Sachen von den 60er Jahren fange. Jeden Namen habe ich nicht gekannt, aber einige doch und ich habe echt schmunzeln müssen, in welcher Situation die dann wieder in der Geschichte auftaucht sein. Ja, also ich habe meinen Spaß an Rock und Roll teilweise, aber ich bin da auch nicht tief in der Materie drin. Klar, die bekanntesten Namen, die kannte ich, aber die Namen von diesen Leonard Skinner Bandmitgliedern, die hätte ich zum Beispiel nicht gewusst. Die Band ja, aber Buddy Holly, Janis Joplin und so weiter, die kennt man. Ja, so geht es mir ungefähr auch. Aber das stört, glaube ich, auch gar nicht so sehr. Wahrscheinlich, wenn man sie alle kennt, findet man noch mehr lustige Feinheiten, aber so im Großen und Ganzen muss man die Personen nicht alle kennen, um Spaß an der Geschichte zu haben. Ja, ich denke halt tatsächlich, es geht mehr um das Grundgefühl daran. Gut, was ich sagen muss, wie Jona schon gemeint hat, der Typ ging mir am Anfang so wahnsinnig auf den Sack. Den könnte ich totreden, den Idioten. Aber das Schlimme ist, sie geht mir am Anfang genauso aufs Schwein. Nur sie entwickelt sich, er auch nicht. Ja, sie haben mich am Anfang sehr an dieses Pärchen aus Kinder des Zorns erinnert. Die gingen mir damals ja auch so auf den Sack und die Situation ist ja eigentlich die gleiche. Aber du hast recht, sie wird besser, er nicht. Was ich halt cool finde, ist tatsächlich, dass sie so intelligent handelt. Dass sie, obwohl sie völlig unter Schock steht, eben einerseits diesen Move bringt, sie hat das Portemonnaie vergessen im Auto und muss zurück. Dass sie auch zuallererst, statt sich selbst in Sicherheit zu bringen, den Mann daraus manövriert, weil sie weiß, er wird sie verraten, weil er dumm ist und weil er sich nicht unter Kontrolle hat. Also das fand ich richtig klasse, wie sie reagiert, wie sie sich entwickelt und wie sie tatsächlich auch voll über sich auswächst. Was natürlich auch noch richtig viel konterkariert wird, durch diese alternden Rockstars, die sie halt in dieser Kneipe ständig anlabern mit Namnäuschen und so weiter und so fort, während sie eigentlich voll patent diese Situation versucht zu lösen, während ihr Mann Vollidiot ist, der eigentlich nur im Weg ist und die Sache noch schlimmer macht. Ja, ich glaube, aber sie kommt ja auch so intelligent vor, weil er so dumm ist. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sie verhält sich relativ patent in so einer Situation, aber Clark ist ja echt, man wünscht sich wirklich, dass es ihn irgendwie erwischt. Aber man muss sagen, hier, diese Frauenfigur fand ich einigermaßen realistisch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall klar. Von wegen, sie weiß genau, was für ein Arsch ihr Mann ist, aber verhält sich dann trotzdem so, um diesen Streit nicht eskalieren zu lassen. Genau, ja. Fand ich sehr gut, also der ging mir wahnsinnig auf den Keks, weil es ist halt leider so, aber hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Finde ich auch, dass die sich sehr echt anfühlt. Ja, wahrscheinlich hat er da aus eigenen Erfahrungen statt geklitten, wenn er so die, also was mir am besten können, das waren die unausgesprochenen Dialoge. seine Gedanken, ihre Gedanken und irgendwie kommt es wie ein Dialog rüber, obwohl sie kein Wort sprechen dabei. Und was mir auch noch ganz gut gefallen hat, ist halt diese Idee, dass nicht nur die Toten in der Welt der Lebenden leben, sondern die halt auch tatsächlich irgendwie versklagen können. Und ich bin froh, dass er es nicht ausgearbeitet hat, weil er hätte es noch schlimmer gemacht, aber trotzdem würde mich mal interessieren, was ihr eine Theorie dafür habt, wie das funktioniert und warum. Also wie die Kontrollmechanismus funktioniert. Also mir ist vorkommen, wie heißt der Gary, der Typ, dass der einfach ihr Fanboy, wenn er die Janice Joplin sieht und dann zum Sub an anfängt, wie er realisiert, wer da vor ihr steht, dass das einfach durch die Bewunderung, die man so an Star akkumuliert und dadurch eine Kontrolle aus den Vorbeireisenden ausgeführt wird. Aber so richtig erklären hat er auch nicht nicht zu tun. Ja, wenn wir sagen, wenn wir nichts dagegen haben, rede ich mal kurz über die Symbolik, weil die ist in der Geschichte sehr interessant. Sehr gerne. Wir haben nämlich hier eine klassische Feenwelt, Feenkreis bzw. Unterwelt Thematik. Und der Punkt, wo ich wusste, dass zumindest sie nie aus dieser Welt wieder rauskommen wird, war der Moment, als sie den Kirschkuchen annimmt. Wenn ihr euch jetzt ein bisschen an der Mythologie auskennt und in der Unterwelt Mythologie, dann ist das, was wir immer lernen und in jeder Geschichte erzählt kriegen, nimm keine Elfen Nahrung an und nimm keine Nahrung aus der Unterwelt an. Und keine Geschenke. Und keine Geschenke, aber in allererster Linie auch vor allem Nahrung. Und das ist genau der Fehler, den sie hier macht. Sie ist in dieser Feenwelt und sie beißt tatsächlich von den Kirschkuchen ab. Dass sie ihn bestellt hat, ist die eine Sache. Bis zu dem Moment, wo sie tatsächlich abgebissen hat, hätte sie aus der Nummer wieder rauskommen können. Dass er nicht rauskommt aus der Nummer, liegt halt daran, dass er ein Idiot ist. Aber sie ist tatsächlich dazu verdammt, dort zu bleiben, als sie die Nahrung angenommen hat und als sie sie verzehrt hat. Und das ist halt tatsächlich eine Idee, die in allen Feenmythologien, in allen Andersweltmythologien drin ist, aber zum Beispiel auch im klassischen griechischen Mythos. Zum Beispiel bei Persephone ist es so, dass sie eben doch nur so einen halben Deal noch erreichen kann, weil sie in der Unterwelt eben drei Granatapfelkerne gegessen hat. Und deswegen darf sie nicht mehr raus. Und das fand ich unglaublich geil, dass er auf dieses Element sich so eingeschossen hat. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. In Verbindung auch damit, dass dieser Kuchen wohl nach gar nichts geschmeckt hat. Genau, das ist es halt. Ja, und ansonsten, wie gesagt, was ich halt auch noch ganz nett fand, ist tatsächlich eben diese Idee, dass die Musiker tatsächlich es schaffen, als Tote eine ganze Menschheit zu was glauben, auch wenn es eben nur in dieser kleinen, abgegrenzten Zivilisation dieser Stadt ist. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich, wie gesagt, mit den Rockgrößen selber nicht so richtig viel Gefühl reingekriegt habe. Und dann wollte ich euch noch ganz kurz vorlesen, den Gedanken, den King hier selber geäußert hat in seinen Anmerkungen, weshalb er eben diese Geschichte so geschrieben hat. Hier dachte ich mir, das war doch der Aufhänger der Geschichte. Wie unheimlich es doch ist, dass so viele Rocker jung und unter Wüstenumständen gestorben sind. Das ist der Albtraum eines Statistikers. Viele jüngere Fans betrachten die hohe Sterblichkeitsrate als romantisch. Aber wenn man, wie ich, die Sache von den Kletters bis zu Eistee mitverfolgt hat, dann sieht man die dunklere Seite. Die Seite der kriechenden Schlange. Das wollte ich hier ausdrücken. Und das ist in meiner Meinung nach so gar nicht gelungen. Aber Spaß habe ich an der Geschichte trotzdem gehabt. Ja, sehe ich auch so. Ich nenne euch jetzt mal ein paar Namen von Schriftstellern, Journalisten und Drehbuchautoren. Und ihr sagt mir dann, was die gemeinsam haben. Okay. Sie sind tot. Matt Croning, bekannt von den Simpsons. Amy Tan. Schriftstellerin. Ridley Pearson. Thriller-Autor. Die haben eine Band. Richtig. Und dazu gehört ein gewisser Stephen King. Er spielt da nämlich die E-Gitarre und ist einer der Frontmen. Und die Band sind die Rockbottom Remainders. Den ersten Auftritt hatte die Band tatsächlich 1992, also in dem Jahr, in dem die Geschichte entstanden ist. Bei der American Bookbottom Remainders Association Convention und sie haben später auch Auftritte gehabt in der Rock'n'Roll Hall of Fame und auch Duette mit Leuten wie Springsteen. Treffen sich halt alle paar Monate mal und spielen zusammen und gelten als eine der populärsten Amateurbands der Welt. Es gibt keinen Plattenvertrag, es gibt keine Veröffentlichungen. Es sind einfach ein paar berühmte Leute, die sich treffen, um Musik zu machen. Finde ich sehr lustig. Ja, habe ich tatsächlich irgendwann schon mal gehört. Hat denn schon mal jemand tatsächlich die Musik gehört? Taugt die was? Keine Ahnung. Ich wollte es noch raussuchen, ich hatte aber keine Lust mehr. Aber das ist auch nicht die einzige Verbindung von King zu Rockmusik. Denn ihm und seiner Frau gehören ein Radiosender seit 1990, glaube ich. Und zwar WKIT in Bangor, Maine. Und es ist nach eigenen Angaben der zweiterfolgreichste Radiosender der Gegend. Natürlich nur in der Gegend. Genau. Gut. Wo wir gerade Amy Tinn erwähnt haben, das ist nämlich auch schon eine schöne Überleitung zu den Verknüpfungen. Denn Amy Tinn wird sehr oft in verschiedenen Büchern von King auch erwähnt, falls euch das mal aufgefallen ist. Ich glaube, in das Spiel hatten wir die auch letztens. Ich erinnere mich, ja. Denn in dieser Geschichte gibt es natürlich auch wieder einige Querverbindungen. Einerseits sieht Richie Tolscher in der Rückkehr nach Dauhi, in es natürlich ein Plakat während einer Vision, in der, in dem, ähm, ja, für ein Konzert von Totenrockgrößen geworben wird. Ansonsten haben wir noch einige Verbindungen in die echte Welt. Einerseits das klassische Märchen von Hänsel und Gretel wird angesprochen. An dieser Stelle möchte ich hier Werbung machen für den Podcast. Ein Wolf liest Märchen vom lieben Ohne Kuh. Großartiges Format, äh, wenn ihr euch Märchen interessiert, da werdet ihr sehr viel Spaß damit haben. Außerdem wird erwähnt, Rape Redbury. Äh, auch grandioser Autor, kann ich euch auch ganz sehr ans Herz legen. Übrigens auch tatsächlich die Geschichte, die hier erwähnt wird. Ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Flo, ist dir das eingefallen und aufgefallen? Ähm, nicht der im Kopf, nein. Okay, naja, werden wir noch erreichen, findet ihr dann entsprechend. Aber Rape Redbury ist auf jeden Fall eine gute Horde-Datung, wenn man das richtig getrifft. Und, ja, Twilight Zone ist eh klar. Aber was mir noch aufgefallen ist, hat euch das Ganze in der Beschreibung auch so an Twin Peaks erinnert? Eben mit dem Kirschkuchen und Zeug und die... Ja, die Kleinstadt mit voller Geheim. Es passt natürlich auch zeitlich wunderbar. Also Twin Peaks lief hier noch oder ist gerade ausgelaufen zu diesem Zeitpunkt? Also das hat tatsächlich bei mir in der Bildsprache echt gut funktioniert. Man muss sagen, ich habe die Geschichte meiner Tochter erzählt und sie hat gesagt, das klingt eigentlich wie eine Folge von Supernatural, wenn man die Hauptfiguren auswechseln würde. Aber das wäre so eine Filler-Episode gewesen in der Hauptgeschichte. Das hätte sicher mit den zwei Karofen auch ganz gut funktionieren. Ja, denke ich auch. Kann ich mir das auch gut vorstellen. Ja. Oder zehn Jahre vorher Arctics oder sowas. Das ist einfach so eine ganz klassische Geschichte. Vielleicht macht es ja auch deswegen so Spaß. Genau. Die ist halt tatsächlich zeitlos. Das ist das Schöne daran. Aber sie wurde auch tatsächlich verfilmt. Und zwar für die Serie Nightmares and Dreamscapes. Das ist eine Serie, die aus acht Folgen besteht. Und alle acht Folgen sind Stephen King Kurzgeschichten. Die Folge hieß in Deutsch Rock'n'Roll wird niemals sterben. Im Englischen heißt sie wie die Geschichte. Und ist im Jahre 2006 entstanden. Und eine letzte Verbindung habe ich noch. Es fällt nämlich der Satz, vergiss den Revolvermann Gang und setz deinen Arsch in Bewegung. Ich glaube aber, das war Zufall. Ich wollte es mal erwähnt haben. Gut. Habt ihr denn für diese Geschichte Zitate, liebe Freunde? Auch hier habe ich sogar zwei. Okay. Clark Willingham war einer von den Millionen amerikanischer Männer, die fest davon überzeugt sind, dass sie einen eingebauten Kompass im Kopf haben. Und als zweites. In ihr keimte der schreckliche Verdacht, dass Männer auf diese Weise fast immer ihren Willen durchsetzten. Nicht weil sie Recht hatten, sondern indem sie unnachgiebig waren. Mhm. Okay. Habt ihr sonst noch welche? Flo? Nein, hier habe ich keine. Okay. Peter, hast du jetzt? Ich hätte was zum Anbieten. Ich muss aber entschuldigen, ich habe es nur auf Englisch vor. Das ist nicht schlimm. Ahead, the lane rose towards the crest of a deeply wooded hill. There was a bright blue oblong standing near the top. Yes, she said. It's a sign. All right. Great, can you read it? Oh, oh, it says, if you come this far, you're really fucked up. Ja. Ja, das ist schön. Ja. Und ich habe als letztes, ich habe das Denken aufgegeben. Es bringt mich immer nur Unschwierigkeiten. Und das ist die einzige Erkenntnis, die dieser Typ im ganzen Buch jemals hatte. Das ist herrlich. Okay, dann bleibt mir an der Stelle tatsächlich nur noch um euch um eure Bewertungen zu bitten. Und da würde ich sagen, ich selber gebe 13 von 19 Punkten, weil ich tatsächlich an der Geschichte mein Spaß hatte. Die Mythologie gefällt mir sehr gut, das Konzept ist recht kreativ. Das Flair von der Geschichte hat mir auch ganz gut gefallen. Aber ich bin ganz ehrlich, diese ganze Rock'n'Roll-Geschichte hätte jetzt bei Englisch nicht gebraucht. Lieber Flo, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin noch unentschlossen. Ich denke, aber ich liege auch bei so ähnlich wie du. Also die Geschichte hat mir Spaß gemacht. Ich mochte diese Rock'n'Roll-Thematik. Es ist keine Horrorgeschichte. Es ist wirklich mehr so eine Twilight Zone Erzählung. Ich würde sagen, 12 Punkte von mir. Okay. Lieber Jonas? Ich hatte auch sehr viel Spaß. Ich gebe 14 Punkte. Okay. Und Peter, du hast das letzte Wort. Also ich habe sehr viel Spaß mit der Geschichte gehabt. Mir haben die ganzen Name-Droppings, wo die Namen gefallen und wie die in der Geschichte auftaucht sind. Einziger Kreditpunkt, das war der komische Kerl, genau. Aber sonst, ich werde 15 Punkte geben. Mir hat Spaß gemacht. Alles klar, wunderbar. Gut. Wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt, habt ihr noch welche? No. Dann würde ich sagen, sind wir für diese Folge durch. Und lieber Peter, ich bedanke mich ganz sehr, dass du da warst. Das war wundervoll. Ja, danke, dass ich mich auch noch aufhört und hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich außerdem beim Jonas. Es war schön, dass du wie immer dabei warst. Sehr gerne. Und natürlich auch beim Flo. Es war mir wieder ein Vergnügen. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch. Liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen. Ihr könnt gerne im neuen Jahr mit uns podcasten, wenn ihr das möchtet. Schaut dafür einfach in unserer Leseliste. Wir haben zwar eigentlich für dieses Jahr schon fast alle Folgen ausgebucht. Ihr könnt euch aber trotzdem überall noch mit dranhängen, wenn ihr das möchtet. Schaut einfach mal auf die Liste, was jetzt in der nächsten Zeit so drankommt. Und haut uns einfach auf Twitter oder wie auch immer ihr möchtet an. Und dann können wir gerne zusammen senden. Ihr braucht nichts weiter. Ich glaube, unsere technische Hürde ist auch recht gering. Oder? Stimmst du mir dazu, Peter? Aber ja. Das ist für jeden Macher. Oder jede. Okay. Ihr braucht, wie gesagt, nur Teamspeak oder Skype. Wobei uns Teamspeak immer lieber ist. Und halt irgendeine Art von Mikro oder Headset zum Reinreden. Und wenn ihr die Bücher selber nicht habt, die ihr besprechen wollt, dann haut uns einfach an. Wir kümmern uns dann darum, dass ihr entsprechend mit der Schönenlage versorgt seid. In diesem Sinne, wir werden die nächsten Wochen weiter mit Albträumen machen. Wie heißt dann unsere nächste Folge? Welche drei Geschichten sind denn dann dran? Das nächste Mal geht es um der Nachtflieger, Popsi und Klapperzähne. Es wird wunderbar. Liebe Freunde, passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn. Und wir hören uns zur nächsten Folge. Ciao, eure Dela. Tschüss. Ciao.